Los, los! Die werden nicht nach Stücken gezahlt. Auf diese Stelle konzentrieren. Die haben jetzt ein dickes Fluch in ihrem Panzerhof. Die haben jetzt ein dickes Fluch. 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 Volltreffer! Diesen Bereich fokussieren! Herging glatt durch! Wir sind bewegungsruffähig! Der früge der Flügel! Der Fokussiert! Die Flügel werden nicht aufgel 22.30 Uhr geschlossen. Untertitelung des ZDF, 2020 Gehtnabe Schädig! Kette getroffen. Kette getroffen. Wir zeigen dem Gegner, wo es lang geht. Ein weiterer Sieg auf unser Konto. Ein weiterer Sieg. 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 Kette wieder ganz. Bewegung. Wir haben Sie voll erwischt. Ein weiterer Sieg. 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 Wir haben ihn wohl erwischt. Auf diese Stelle konzentrieren. Das ist Geschichte. Suche ein neues Ziel. Die haben jetzt ein dickes Loch in ihrer Panzerung. Panzerung nicht durchgeschlagen. Gegnerisches Fahrzeug zerstört. Wir haben die Panzerung geschlagen. Der ist Geschichte. Suche ein neues Ziel. Die haben einen unserer Ketten getroffen. Die haben einen unserer Ketten getroffen. Die hat einen Ketten getroffen. Die hat einen Ketten getroffen. Die hat einen Ketten getroffen. Der Ketten getroffen. Alle los. Ein weiterer Sieg auf unser Konto. 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 Ein weiterer Sieg auf keine Konto. Durchschlagstreffer! Den haben wir fertig gemacht. Einungsverkenntnis beschädigt. Das, was sie erwischt! Gegnerischer Planfer verstört! Und den Konzentriere dich auf diese Stelle. Wir haben sie. Gegner beschädigt. Wir gehen gleich durch. Was ist das? Ein leichterer Sieg auf unser Konto. Ein leichterer Sieg auf unser Konto.